Einer der größten jemals gesichteten Eisberge hat sich von der Antarktis gelöst. Der etwa eine Billion Tonnen schwere Eisberg habe sich vom Eisschelf Lasensee gelöst, teilen Wissenschaftler der Britischen Universität von Swansea am Mittwoch mit. Die Ablösung des Eisblocks wird das Eisschelf Lasensee womöglich destabilisieren. Deshalb wird ein deutlicher Anstieg des weltweiten Meeresspiegels befürchtet. Wenn alle von Lasensee aufgefangenen Gletscher ins Meer flößen, würde der weltweite Meeresspiegel um etwa 10 cm steigen, warnen die Forscher. Ein Zehntel kleiner Durch das Abbrechen des Eisberges, der voraussichtlich den Namen A68 erhalten soll, verringerte sich die Fläche von Lasensee den Forschern zufolge um ein Zehntel. Lasensee ist das nördlichste und größte Eisschelf der Antarktis. Zwei keinere Eisschelfe an der östlichen Seite der Antarktis sind bereits kollabiert. 1995 ging Lasen A verloren, sieben Jahre später Lasen B die Antarktis ist besonders stark vom Klimawandel betroffen, sie zählt zu den sich am schnellsten erwärmenden Gebieten unseres Planeten. In zwei Jahren vollständig geschmolzen. Der Abbruch des Monsterblocks hatte sich seit einiger Zeit abgezeichnet, Satellitenbilder der Europäischen Weltraumbehörde ESA zeigten einen Riss im Lasensee-Chef-Eis. Wann sich der Koloss löst, konnte jedoch nicht vorhergesagt werden. Der Eisklotz ist rund 5800 Quadratkilometer groß. Das ist größer als der Kanton Wallis. Nach Angaben des Alfred Wegener Instituts für Polar- und Meeresforschung, AI, wird es weniger als zwei Jahre dauern, bis der Koloss vollständig geschmolzen ist. Brechende Kolosse Immer wieder lösen sich gigantische Eisberge vom Schelfeis, jenen schwimmenden Eismassen, die mit Gletschern verbunden sind. Der größte durch Satellitenerkundung erfasste Koloss löste sich im März 2005 vom antarktischen Ross-Chef-Eis. B-15, so der Name, war ursprünglich 11'600 Quadratkilometer groß. Das entspricht gut der vierfachen Größe des Saarlands. Von ihm brach später der Eisberg B-15a ab, der 2005 noch mehr als 2500 Quadratkilometer maß. Ein anderer Gigant brach 2002 ebenfalls vom Ross-Chef-Eis ab. Der C-19 getaufte Eisberg war mehr als 6000 Quadratkilometer groß. Im selben Jahr brach vom 2. Gletscher in der West-Antarktis ein riesiger Eiskloss ab. B-22 bedeckte eine Fläche von etwa 5500 Quadratkilometern. Anfang 2010 löste sich vom Märzgletscher im australischen Antarktis-Gebiet der Eisberg C-28 mit einer Fläche von mehr als 2500 Quadratkilometern. Zuvor war ein anderer Eisriese, ein Bruchstück des 1987 entstandenen, damals etwa 5400 Quadratkilometer großen B-9, gegen die Gletscherzunge gekracht. No-Schrägstrichster Untertitelung des ZDF für funk, 2017